Jo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber bevor es losgeht, kennt ihr schon unseren Führerschein-Guru? Er begleitet dich bei der Führerscheinausbildung, gibt dir praktische Tipps und echte Handlungsempfehlungen, wie du deine Fahrschule ganz easy meisterst. Sei nie wieder unvorbereitet für deine Fahrstunden und hol dir jetzt einen Zugang. Erster Link in der Videobeschreibung. Mit dem Führerschein-Guru bestehst du zu 100% deine Prüfung. Und jetzt würde ich sagen, los geht's! Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal der Fischer Academy. Ich bin Marco. Wir zeigen euch heute den kompletten Ablauf der Abfahrtskontrolle Führerschein-Klasse B. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Viel Spaß! Vor Fahrtbeginn ist wichtig die Sitzeinstellung. Also Sitzeinstellung im Grunde genommen, das ist die Pedalerie, die man hier unten hat. Einmal das Gaspedal, die Bremse und das Kupplungspedal, dass ich das ordentlich bedienen kann. Sitze ich zu weit weg? Wie beispielsweise jetzt muss ich die Kupplung sehr weit reintreten. Daran misst man das generell, weil das ist das Pedal, was am weitesten reingeht. Bei Bremse und Gas geht nicht allzu weit rein. Das heißt, mein Bein muss noch leicht angewinkelt sein. Ich muss also noch ein Stück vor. Und wenn ich jetzt so die Kupplung drehe, sieht man, mein Bein ist noch ganz leicht angewinkelt. Jetzt bin ich erstmal an dem Pedal nah genug. Jetzt habe ich natürlich noch weitere Hilfen, und zwar die Lehne. Da habe ich hier an der Seite so einen Hebel. Wenn ich den jetzt rumlege, lässt sich die Lehne ganz frei bewegen. Jetzt darf die Lehne aber auch nicht so sein, dass das hier senkrecht ist. Irgendwann kriegt man Rückenschmerzen und das ist, glaube ich, auch nicht angenehm. Aber sie darf auch nicht so weit zurück sein. Weil jetzt habe ich hier von der Lehne die Seitenführung. Ich würde so sitzen und würde bei Lenkbewegung aus dem Sitz rausfallen. Also diese Seitenwangen sollen schon eine Elfen. Das heißt, auch die Kopfstütze würde hier nicht mehr greifen. Also nehme ich ganz einfach die Mitte. Die Lehne muss ungefähr so eingestellt sein. Jetzt bleibe ich in den Wangen drin, nehme als nächstes die Kopfstütze und ziehe die so weit hoch, dass das mit meinem Kopf eine Linie ergibt. Habe ich die Kopfstütze zu weit oben, hilft die mir nicht. Beziehungsweise habe ich zu weit unten, hilft sie mir auch nicht. Da können böse Verletzungen entstehen. Also Kopfstütze nicht unterschätzen, das einstellen. Wenn ich das jetzt getan habe, dass ich meiner Meinung nach ordentlich an die Pedalen rankomme, die Kopfstütze richtig eingestellt habe, kommt als nächstes das Lenkrad. Zum einen muss ich natürlich die Armaturen ordentlich sehen. Da darf nicht das Lenkrad im Weg sein. Beziehungsweise das Lenkrad darf nicht so weit weg sein, so wie es jetzt bei mir der Fall ist. Ganz gut kann man das messen. Man sagt, wenn man die Handgelenke aufs Lenkrad legt, sollen die Arme gestreckt sein. Ich komme gar nicht richtig ran. Das heißt, ich habe einen Hebel hier unten. Drücke den runter, ziehe das Lenkrad ein Stück raus, bis das diesem Wert entspricht. Ich richte mir das Lenkrad jetzt noch ein, dass ich ordentlich auf die Armaturen sehen kann und klappe den Hebel wieder hoch. So, als nächstes zur Fahrtvorbereitung gehört natürlich dazu, bevor wir überhaupt einen Meter fahren, ganz wichtig, Sicherheitsgurt. Ich nehme den Gurt, lege den so drüber, dass es einrastet, hörbar. Und dann darf im Grunde genommen der Gurt nicht am Hals liegen. Aber einige machen auch, dass sie den Arm so oben drüber nehmen. Also das ist nicht gestattet. Der Gurt muss genau so liegen, so wie bei mir. Und dann zieht er richtig fest zu. Einmal im Becken und einmal geht er hier über die Schulter. Den Innenspiegel stellen wir so ein, dass wir im Grunde genommen ordentlich nach hinten raus sehen können. Alles im Hell sehen. So wäre das optimal für die Spiegeleinstellung Innenspiegel. Wir kommen jetzt dazu, ob die Türen fest verschlossen sind. Das heißt, die Tür muss richtig einrasten. Dann schaue ich nochmal mit Druck. Gibt nicht nach. Also scheint die Tür fest verriegelt zu sein. Und mir wird es auch nochmal an Armaturen anzeigen. Das heißt, man wird es anzeigen, wenn die Türen nicht richtig fest verschlossen werden. Wie auch bei allen anderen Türen. Dann wird es mir das anzeigen. Außerdem ist wichtig, dass ihr mit den Bedienungseinrichtungen vertraut seid. Das heißt zum Beispiel, dass ich an den Schalthebelort nicht rankomme, dass ich weiß, wo die Gänge liegen. Und des Weiteren die Assistenzsysteme. Das heißt, wenn euer Fahrzeug Assistenzsysteme hat, müsst ihr damit vertraut sein und müsst die auch selbstständig anwenden können. Wie beispielsweise hier der Regensensor. Hier schaltet man den Regensensor ein. Und man würde ihn hier wieder ausschalten. Falls es in der Fahrt anfängt mit regnen, dann ist klar, müsst ihr das selbstständig bedienen können. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Video.